Es gibt eine Kinderchirurgische Abteilung im Fachbereich hier am Kantonsspital Baden. Wir sind Teil des Chirurgischen Departements. Diese Abteilung gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Wir fieren sie jetzt dann tausend Tage. Wir sind drei Töktoren und können eigentlich einen ganz grossen Teil von Kinderchirurgischen Problemen, die die Kinder und die Jugendlichen haben, abdecken, Handverletzungen, Wochenbrüchen, aber auch Blinddarmentzündungen, Verbrennungen. Wir freuen uns, dass wir das hier eigentlich von Ort machen können und dass die Kinder und die Patienten nicht in ein anderes Spital weit transportiert werden müssen. Die Kinder sind keine kleine Erwachsene. Sie haben eigene Probleme. Wir bemühen uns die Behandlung. Das muss kindesgerecht sein. Häufig ist die beste Operation auch keine Operation. und da bemühen wir uns eigentlich das Richtige für die kleinen und jungen Patienten zu finden.